Flux FM in digitaler Gesellschaft. Können gigantische Datenbanken wirklich terroristische Anschläge verhindern? Können Algorithmen vielleicht sogar verdächtige Verhaltensmuster aufdecken und so zur Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen beitragen? Das sind zwei von mehreren Fragen, die ich habe für den Alexander, der bei mir im Studio ist. Schönen guten Tag nochmal. Hallo. Ich hatte es jetzt in der Anmoderation schon angedeutet, das Thema Vorratsdatenspeicherung ist nach den Anschlägen in Brüssel wieder brandaktuell. Wir hatten ja Anfang des Jahres schon mal über das Thema Fluggastdatenspeicherung gesprochen. Welche Maßnahmen oder welche weiteren Maßnahmen werden denn derzeit von Politikern und Politikerinnen gefordert? Genau, also diese angesprochene Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten wurde jetzt letzte Woche vom EU-Parlament auf den Weg gebracht. Das bedeutet, alle Flugreisenden werden künftig überwacht. Die Daten werden für fünf Jahre gespeichert. Und ähnliches hat man jetzt mit Bankdaten vor. Da gibt es bereits schon ein Abkommen mit den USA, wo Überweisungsdaten an die USA übermittelt werden, die dann dort ausgewertet werden, um gegen Terrorismus vorzugehen. Die Daten werden dort auch für fünf Jahre gespeichert. Jetzt überlegt man, das auszuweiten, zu schauen, inwieweit man sowas in Europa auch selber machen kann. Also eine Vorratsdatenspeicherung von Bankdaten einzuführen. Dann gibt es aber auch noch weitere Maßnahmen. Es wird jetzt eine Anti-Terror-Richtlinie diskutiert im EU-Parlament, wo verschiedene Überwachungsmaßnahmen auf den Weg gebracht werden sollen. Hier sollen vor allen Dingen eben der Umkreis der mit Terrorverdächtigen Personen in Kontakt stehenden Figuren eben ausgeweitet werden. Und dann sollen noch die Grenzkontrollen, das Smart Border Package, was auf den Weg gebracht wurde, eben auch für alle Europäerinnen und Europäer gelten künftig. Mit Smart Borders hast du ein interessantes Stichwort gedroppt, sozusagen. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff intelligente Grenzen? So kann man es ja übersetzen. Genau, das ist also ein EU-Paket, was auf den Weg gebracht wurde, um die Außengrenzen der EU besser zu schützen und die ganzen Vorgänge dort zu automatisieren. Also man will biometrische Daten von den Einreisenden sammeln, also Fingerabdrücke, Gesichtsaufnahmen und ähnliches. Um dann eben zu schauen, wann kommen die rein in die EU und wann gehen die Leute wieder und wenn dann zum Beispiel ein Visum abläuft, dass dann automatisch alle Behörden informiert werden. Und dieses Paket soll jetzt ausgeweitet werden. Das war zunächst, glaube ich, nur erfunden worden wegen dieser sogenannten Overstayer, die du gerade schon quasi im Halbstatz erwähnt hast, wegen Leuten, die ihr Visum quasi ausreizen oder über das Visum hinaus in der Europäischen Union bleiben. Genau, genau. Also dafür sollte das eigentlich auf den Weg gebracht werden. Wir haben damals auch schon eben gewarnt, dass solche Pakete, wenn sie einmal da sind, relativ zügig auch gerne ausgeweitet werden. Das ist jetzt der Fall. Das bedeutet, wenn künftig Europäerinnen und Europäer in die EU, also in ihre Heimatländer zurückreichen, sollen Fingerabdrücke genommen werden, sollen eben Gesichtsausnahmen gemacht werden. Das ist zumindest in der Diskussion jetzt. Frankreich hat eben diesen Vorschlag eingebracht. Und das Interessante dabei ist, wenn man sich dieses Smart Border Package auch etwas genauer anguckt, dann ist das Ziel zum Beispiel, dass Leute, die eine geringe Risikostufe haben, schneller durch Grenzkontrollen durch sollen. Das bedeutet, sie müssen vorab ihre Daten an die europäischen Ermittlungsbehörden übermitteln. Dann werden sie überprüft und dann können sie sozusagen schneller durch die Grenzkontrollen durch. Das Interessante bei der Sache ist, dass hier ausschließlich eben von Leuten mit niedrigen Risikoprofilen gesprochen wird. Es gibt also de facto niemand mehr, der kein zumindest niedriges Risikoprofil hat. Ergo, alle sind per se verdächtig. Also dieses Narrativ, was hier geschaffen wird, soll dann eben auch auf alle Europäer übertragen werden. Das ist natürlich äußerst bedenklich, wenn dann eben mit solchen Herangehensweisen Grenzkontrollen gemacht werden und so auch die eigene Bevölkerung behandelt wird. Das heißt, man muss dann im Prinzip vorher zur entsprechenden Behörde gehen und sagen, hier, ich habe ein niedriges Sicherheitsprofil. Ich würde gerne meine Fingerabdrücke abgeben. Genau, genau so ist es. Und dann noch Gesichtserkennung. Und dann müssen die das überprüfen, ob das tatsächlich so ist, dass man nur ein geringes Risikoprofil hat. Und wenn die das feststellen, dann kann man eben schneller durch die Grenzkontrollen, wobei eben diese automatischen Grenzkontrollen, ob die jetzt wirklich schneller sind, das darf auch bezweifelt werden. Das geht nämlich dann um Maschinen, die im Prinzip diese Grenzkontrolle dann vornehmen. Genau, so ist es. Und dann soll es sogenannte Supervisor geben, die das Ganze dann, die die Maschinen dann nochmal kontrollieren und dann darüber hinaus noch eben irgendwelche Spezialkontrollen machen oder ähnliches. Also das soll ein hochautomatisierter Grenzdurchtritt geschaffen werden, der dann eben von einzelnen Supervisern dann nochmal kontrolliert wird. Wie gesagt, also erstmal ist jeder verdächtig sozusagen. Man muss im Vorfeld seine Daten schon an die Ermittlungsbehörden rausrücken. Und ob man dann wirklich so gut da durchkommt, ich wage es zu bezweifeln. Das ist auf jeden Fall ein bisschen beängstigendes Szenario, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man sich dann noch vorstellt, dass da vielleicht der eine oder andere böse Hacker sich in diese Systeme einschleicht und sagt, hier, der Vinson, dem verpassen wir jetzt mal ein größeres Sicherheitsrisiko. Genau. Und schon bist du festgesetzt. Oder eben Fingerabdrücke klauen. Es ist ja zum Beispiel dem CCC, es ist ja gelungen, die Fingerabdrücke von Wolfgang Schäuble zu klauen. Und dann kann man eben mit geklauten Fingerabdrücken zum Beispiel. Die haben dann mit so Folien dann gearbeitet. Genau, genau. Also das ist auch alles nicht besonders sicher eben, diese Systeme, die da geschaffen werden. Hier gibt es genug Angriffspunkte. Du hast einen genannt, Fingerabdrücke ist ein anderer Angriffspunkt. Also dass damit wirklich mehr Sicherheit geschaffen wird, darf bezweifelt werden. Das ist sowieso, finde ich, eine der zentralen Fragen. Können denn diese Datensammlungswut, kann Vorratsdatenspeicherung, kann die Speicherung von Fluggastdaten, können Smart Borders überhaupt terroristische Anschläge verhindern? Also wir wissen ja auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele Daten gesammelt werden. Seit 2001 gab es unzählige Gesetzesänderungen, um eben gegen Terrorismus vorzugehen. Einige davon sind wirksam, aber viele davon sind überhaupt nicht wirksam. Und das Problem ist, dass überhaupt noch keine Evaluierung eigentlich mal stattgefunden hat. Also dass man sich jede einzelne Maßnahme anschaut und dort eben guckt, bringt es überhaupt was zur Terrorismusbekämpfung? Also es ist sicherlich davon auszugehen, das merkt man ja auch, dass zum Beispiel alle Verdächtigen bei den Terroranschlägen, die jetzt in jüngster Zeit stattgefunden haben, im Visier der Ermittlungsbehörden waren. Dass hier also die Ermittlungsbehörden erstmal per se eine gute Arbeit machen, also dass diese Verdächtigen auch erkannt werden. Was dann aber nicht passiert ist, dann mit diesen Ergebnissen auch irgendwas anzufangen. Also die Terroranschläge finden dann doch statt. Ergo jetzt noch mehr Daten zu sammeln, das muss auf jeden Fall angezweifelt werden, ob das was bringt. Es gibt auch für die jetzigen Vorschläge überhaupt keine Folgenabschätzung. Also es wird überhaupt nicht überprüft, ob diese Maßnahmen, die jetzt eingeführt werden, tatsächlich einen Mehrwert zur Terrorismusbekämpfung haben. Und es wird auch nicht untersucht, welche Auswirkungen sie zum Beispiel auf Bürgerrechte haben. Ja, da wird wieder das Sicherheit-gegen-Freiheit-Thema quasi auseinander gespielt. Genau, wir hören ja auch viele Äußerungen auch von Ministern auf höchster Ebene, die jetzt eben sagen, Datenschutz schön und gut, aber jetzt ist die Zeit der Sicherheitspolitiker gekommen und dann sind uns Grundrechte erstmal egal. Und das eben gleichzeitig, obwohl eben überhaupt nicht überprüft wurde, ob die bestehenden Maßnahmen nicht vielleicht schon ausreichen und ob da nicht vielleicht sogar Maßnahmen dabei sind, die eben a gegen Grundrechte verstoßen und abgeschafft gehören. Das dürfte bei der Vorratsdatenspeicherung ganz sicher der Fall sein oder ob sie eben überhaupt was zum Kampf gegen Terrorismus beitragen. Jetzt gab es ja hin und wieder auch schon die Forderung, Verschlüsselungstechnologien einzubauen oder in Verschlüsselungstechnologien sozusagen sogenannte Backdoors einzubauen, also Zugänge für die Geheimdienste. Wie sieht es damit aus mit dieser Forderung? Genau, also diese Forderung setzt sich jetzt wieder durch. Wir hatten kurzfristig das Gefühl, diese Forderungen könnten zurückgedrängt werden. Es gab da auch in den 80er, 90er Jahren schon mal entsprechende Vorstöße, wo man dann diesen Kryptowar, wie es bezeichnet wird, also diesen Kampf um Verschlüsselungstechnologien eigentlich gewonnen hatte. Wir haben ja auch über Apple vs. FBI gesprochen vor gar nicht allzu langer Zeit. Genau, wo wir eben das Gefühl hatten, also hier scheint diese Angriffe von Staaten auf Verschlüsselungstechnologien abgewehrt zu werden können. Jetzt fangen EU-Abgeordnete wieder an, im Rahmen der Diskussion um Antiterrormaßnahmen sowas zu fordern, wie es darf keine Anonymität im Netz geben oder es muss eben Hintertüren für Geheimdienste geben. Davon abgesehen, dass das technisch teilweise schwierig werden könnte, hatten wir ja schon oft darauf hingewiesen, dass das eben auch für Cyberkriminelle Einfallstüren bietet. Weil wenn Backdoors einmal da sind, verbreiten sie sich eben auch relativ schnell. Diese Sicherheitslücken kommen dann auf den Schwarzmarkt, wo sie dann eben auch von Kriminellen, von Cyberkriminellen genutzt werden. Also hier sozusagen schafft man eigentlich das Einfallstor, was man schließen möchte, öffnet man eigentlich auf der anderen Seite wieder. Und deswegen sind diese Maßnahmen hochgradig gefährlich und sie werden keine Effektivität entfalten. Und deswegen sind diese Forderungen hochgradig problematisch und für uns sehr verwunderlich, dass sie jetzt eben wieder im EU-Parlament diskutiert werden. Wir werden hier eben mit aller Kraft auch da wieder dagegen vorgehen. Jetzt hast du gerade auch noch ein Stichwort genannt, was ebenfalls interessant sein könnte für unsere Hörer und Hörerinnen oder was interessant ist in dem Themenkomplex und zwar das anonyme Surfen im Internet. Welche Auswirkungen haben denn die Forderungen, die jetzt gerade wieder gestellt werden, eben auf die Freiheit im Netz? Genau, also gerade dieses Tor-Netzwerk wird auch explizit von der Berichterstatterin im EU-Parlament Monika Hohlmeierer, die Tochter von Strauß, CSU-Abgeordnete, die eben für das EU-Parlament die Position vorbereitet. Die spricht explizit an, dass das Tor-Netzwerk eben große Gefahren bildet. Dieses Tor-Netzwerk nutzen aber zum Beispiel auch Aktivisten in Syrien zum Beispiel, um eben dort gegen das Regime vorzugehen. Auch andere Aktivisten nutzen solche Netzwerke, um eben sich zu organisieren oder ähnliches und es ist elementar, dass eben das Recht auf freie Meinungsäußerung gewahrt bleibt und eben, dass das Recht auf private Kommunikation ebenfalls gewahrt bleibt. Und Terrorismus entsteht nicht durch anonyme Kommunikation, das hat seine Ursachen woanders. Jetzt deswegen gegen solche Netzwerke vorzugehen, birgt mehr Gefahren als Chancen. Oder wie schätzt du denn die Chancen ein, dass die europäischen Parlamente, dass sich die europäische Politik vielleicht zurückbesinnt auf Bürger- und Grundrechte? Denn im Moment sieht es ja eher so aus, als sei man durch die Anschläge in Brüssel jetzt zuletzt so verunsichert auch auf der politischen und parlamentarischen Ebene, dass da Gesetze durchgewinkt werden, die vor ein paar Monaten noch durchaus auf Widerstand gestroffen wären. Genau, jetzt ist die große Stunde der Sicherheitsesoteriker, wenn man so mag. Also die ganzen sinnlosen Vorschläge, die schon auf dem Tisch sind, werden jetzt versucht nochmal durch die Parlamente zu prügeln. Auch eben gerade bei dieser Richtlinie, die jetzt im EU-Parlament diskutiert wird, gab es keine Folgenabschätzung von der EU-Kommission. Das Papier wurde innerhalb von zwei Wochen auf den Weg gebracht und an Parlament und Rat übermittelt. Jetzt wird es durchs Parlament geprügelt. Es gab also überhaupt keine Zeit wirklich zu diskutieren. Die Änderungsanträge sind schon da. Ja, bisher muss man sagen, dass vor allen Dingen aus den konservativen Kreisen und vereinzelt von Sozialdemokraten solche Forderungen nach diesem Aufbauen von Verschlüsselungen oder Angreifen von Tor-Netzwerken kommen. Es ist jetzt noch nicht absolut mehrheitsfähig im EU-Parlament. Da werden sich die Mehrheiten jetzt sortieren. Und da werden wir natürlich dann versuchen, die Mehrheit eben zu organisieren dafür, dass jetzt eben Verschlüsselungen auch ohne Hintertüren weiter auf dem Markt bleibt und dass das Tor-Netzwerk nicht angegriffen wird. Hier werden wir für Mehrheiten werben. Es ist auch wichtig, dass jetzt die zivilgesellschaftlich sich in die Debatte mit einbringt, die EU-Abgeordneten mit anschreibt, kontaktiert, ihnen sagen, also hier wird eine Grenze überschritten. Ja, dass man eben auch merkt, dass es einen Widerstand aus der Zivilgesellschaft gibt. Wir sind erstmal noch vorsichtig optimistisch. Ja, aber der Wind kann schnell drehen. Und gerade eben im Zuge, du hast schon gesagt, der jüngsten Terroranschläge, es ist sehr, sehr schwer eben gegen solche sicherheitsesoterischen Vorschläge anzukommen. Ja, und da vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, wie kann man sich da am besten einbringen? Habt ihr da auch Möglichkeiten aufgemacht auf eurer Website zum Beispiel? Also das ist jetzt noch ein relativ junges Vorhaben. Es wurde auch letzte Woche erst im Plenum darüber diskutiert. Grundsätzlich haben wir da schon bestimmte Tools auch auf unserer Webseite, wo man auch kostenlos Abgeordnete anrufen kann. Das ist noch nicht alles so zentral zusammengefasst. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen machen. Auch wenn dann vor allen Dingen die Abstimmungen nahen. Also es wird erst im Innenausschuss abgestimmt, dann im Plenum des EU-Parlament und im Vorfeld dieser Aktionen werden wir dann natürlich auch nochmal bessere Kampagnen-Seiten bauen. Es passiert jetzt eben sehr, sehr viel in letzter Zeit und daran sieht man eben, dass eben auch Bürgerrechtsorganisationen, wie wir es sind, ja mit so zwei Mannstärken im Grunde dann auch ins Schwimmen geraten, wenn so viele Gesetze auf einmal kommen. Deswegen ist Unterstützung immer willkommen und man kann jetzt schon EU-Abgeordnete kontaktieren. Das ist relativ einfach, kann man auch auf den Webseiten vom EU-Parlament schauen oder eben bei uns. Wir werden aber auch in Kürze da entsprechende Anleitungen nochmal zur Verfügung stellen und dann hier auch nochmal mit erwähnen. Sehr schön. Wer noch mehr Informationen braucht zum Thema oder wer sich auch Informationen darüber beschaffen möchte, wie man am besten EU-Parlamentarier kontaktiert, der geht auf digitale-gesellschaft.de. Das ist die Website der digitalen Gesellschaft, von der uns Alexander Sander wieder mal besucht hat im Flux FM-Studio. Vielen Dank für deinen Besuch und für die Informationen und bis nächste Woche. Ja, tschüss. 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 Tschüss.